Die Nachrichten der Notenbanken sind auf dem Tisch. Gestern Abend die FED schon leicht erhöht. Heute dann nochmal die EZB hat ebenfalls mal mitmischen wollen. Wenn wir auf den Datenstrom mal hier gucken, dann sehen wir, die EZB hat tatsächlich ein klein wenig, wo haben wir es hier erhöht, auf 3,75. Das war erwartet worden, mehr oder weniger. Es gab einige, die gesagt haben, vielleicht wird es auch eine schwache 50er-Schrittfolge. Aber die Notenbanken haben hier beide für 25 Basispunkte sich entschieden und dementsprechend ihren kleinen Schritt entsprechend hier in den Markt geworfen. Jetzt wissen wir allerdings auch schon, das war schon eine etwas bizarre Situation gestern zu hören. Naja, die Welt ist in Ordnung, die Banken sind safe and... Was hat er gesagt? Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Aber ihr wisst es, sind sicher, also sind gesund und widerstandsfähig. Also sustainable, das ist offensichtlich etwas, was sich nicht lange gehalten hat. Denn wir haben noch am Abend gehört, dass schon der nächste Kollege da deutlich drunter leidet. Pacific Western oder Park West Bangkok, die haben ja nicht die besten Voraussetzungen gestern Abend genannt und dementsprechend die Sorge nach unten ist weiter. Wir wollen aber hier an dieser Stelle ja nicht so sehr über die fundamentale Situation reden, sondern wie die Marktteilnehmer damit umgehen. Ja, die fundamentale Situation haben wir inzwischen alle mitgekriegt. Jetzt ist aber die Frage, wie reagiert denn, sagen wir mal, das Volk da drauf? Na, die Marktteilnehmer eben, gehen die jetzt in die Defensive? Gehen sie massiv in eine Richtung oder ist das eher ein bisschen vorsichtiges Abwarten? Und wir sehen, dass der Dow Jones Future, wenn wir uns den hier angucken hier, dass der ordentlich nach unten gegangen ist. Also wir haben unsere Zielzone quasi jetzt schon erreicht. Ich hatte die gestern ja angegeben, das ist ungefähr das. Was macht man, wenn man bei Verwandten zum Kaffee eingeladen ist? Man isst zu früh. Theoretisch würde man noch mal eine Runde um den Block fahren, um später dann pünktlich dann da anzukommen, wo man hin will. Also das wäre eigentlich das Beste, was dem Markt jetzt passieren könnte, dass er ein bisschen auf der Stelle tritt, dabei ein bisschen Höhe nochmal gewinnt. Wenn das ein wenig korrektiv eben aussieht, so wie ich das jetzt hier gezeichnet habe, mit vielen wackeligen Bewegungen oder wenn ihr es ein bisschen grober wollt, also A, B, C, irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre eigentlich die optimale Lösung. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, aktuell ist diese Abwärtsbewegung dann doch ganz schön stark. Sie ist sehr schnell vonstatten gegangen. Ich kann mal so ungefähr dagegen messen. Das war die Anstiegsseite, das ist die Rücksetzerseite. Und die Rücksetzerseite sollte sie ja idealerweise nicht zu steil sein. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Noch gibt es ein bisschen Chancen, dass wir hier eine etwas andere Aufteilung haben, als ich das jetzt hier vorgeschlagen habe. Das heißt, dass der Kurs, solange er oberhalb dieser Marke bleibt und als nächstes, das ist dann wichtig, eine Schubbewegung nach oben macht und nur korrektiv nach unten. Das wäre mindestens mal nochmal das, vielleicht sogar nochmal ein neues Hoch hier wert. Aber dafür sollte er sich bald umdrehen. Also viel tiefer sollte er hier nicht mehr gehen. Also idealerweise die 33.000er, wenn er so direkt, gestern habe ich noch gesagt, die ist gar nicht mehr so wichtig. Ja, unter der Voraussetzung, dass die Bewegung korrektiv runtergeht, wäre sie mir nicht so wichtig gewesen. Jetzt ist er aber ja doch irgendwie ziemlich zügig hier nach unten gelaufen. Dann ist mir das Ganze nicht so sehr geheuer. Da wird diese Marke durchaus nochmal interessant, denn es wäre sozusagen das letzte bullische Hoffnungsschimmerchen, dass das hier im Prinzip eine erste Korrektur, das eine zweite Korrektur und das hier hinten quasi dann nochmal der letzte Ausverkauf ist, dann wäre das eine Seitwärtskorrektur als Antwort auf diese scharfe Korrektur. Ich schließe das gar nicht mal aus. Also noch ist tatsächlich nicht alles verloren, was auf der bullischen Seite angeht, aber es wird immer dünner, das Eis, auf dem wir uns da befinden. Dann sollte der Dreh auch bald passieren und dieser Dreh sollte zeigen, dass er Stärke hat. Das heißt, wenn die Marktteilnehmer leidenschaftslos nach oben kaufen, dass also eher, dann haben wir das mal hier weg, diese Szenarien, dass der Kurs möglicherweise hier zwar nach oben irgendwie geht, aber doch sehr, sehr mühsam hier nach oben eiert, hin und her mit vielen Kursüberschneidungen. Da bin ich nach wie vor eigentlich guten Mutes, also eigentlich schlechter schlechten Mutes, nämlich, dass der Kurs danach nochmal deutlich nach unten geht und je tiefer das dann wird, desto weniger realistisch ist dann der anschließende Anstieg. Das geht noch, aber es wäre zumindest vorläufig kein gutes Zeichen. Also, ein bisschen Platz haben wir noch, 33.000 beim Index. Future wohlgemerkt hier als Tiefmarker. Das ist zur Orientierung, könnt ihr selber gucken, 22. März. Bis dahin wäre noch Platz. Allerdings, da möchte ich ungerne eigentlich ein Überschneiden sehen. Das wäre insgesamt auch für das übergeordnete bullische Bild erstmal nicht so der Burner. Gibt es dann schon irgendwelche Anzeichen, dass da irgendwie Stärke aufkommt? Im 5-Minuten-Chart noch nicht. Ihr seht, die aktuelle Position, also der aktuelle, der Schlusskurs, oder der laufende Last, würde man sagen, ist ja kein Schlusskurs jetzt für den Tag, aber der Lastkurs, der ist ziemlich am unteren Ende. Also, noch sieht man nicht, dass die 33.000 in irgendeiner Form jetzt schon wirkt, aber wir sind noch 100 Punkte entfernt. Also, ein bisschen Spielraum hätten wir noch, aber aufpassen. Nicht, dass das dann zu einer blöden Entwicklung noch führt und der Markt dann eben sagt, ja, das wäre ja schön gewesen, aber wir drehen einfach nicht. Ganz unrealistisch halte ich das Ganze noch nicht. Dann ein Blick auf den Amerikanischen, den S&P, oder gestern hatte jemand geschrieben, das ist der Nasdaq und nicht der Nasdaq. Natürlich, das ist immer eine Frage. Also, dann ist es der S&P 500, den wir hier angucken, und zwar in der Future-Form. Das Ganze, die Werte, also der Anstieg hier, wir haben den Rücksetzer jetzt bis dahin, bis zu dieser ersten Marke. Auch hier seht ihr, wir sind ganz schön früh. Das heißt, wenn dieses Bild, was ich angedeutet habe, dieser Korrektur hier stattfinden soll, dann bräuchten wir, nachdem wir jetzt die erste Strecke hinter uns haben, alles safe, jetzt ein bisschen Überbrückungszeit, um anschließend dann nochmal da reinzukommen, um da hinzukommen. Ansonsten wirkt das arg scharf. Ich weiß, viele sagen, das ist doch eigenartig, wieso guckst du da auf so komische Sachen? Ist das wirklich kriegsentscheidend hier, oder ist das wirklich entscheidend, wohin der Markt geht? Naja, wenn ich sehe, dass die Marktteilnehmer so schnell verkaufen, gibt mir das ein gutes, bullisches Gefühl? Nee, ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Also jetzt auf die Kaufseite zu wechseln, weiß ich nicht, habe ich irgendwie noch nicht so richtig die Freude. Also für die langfristige Kaufseite, die kurzfristige, die gucken wir uns gleich nochmal an, aber so diese übergeordnete, jetzt die Erwartungshaltung, dass er da hochgeht, irgendwie habe ich da keinen so perfekten Eindruck. Es besteht noch eine Restmöglichkeit, ähnlich wie ich das beim Dow Jones eingezeichnet habe, dass das die Korrektur ist, aber auch dann haben wir once more, würde man sagen, hier einmal mehr, eine Überschneidung mit diesem hier. Das heißt, diese Korrektur würde mit dieser hier überschneiden und wieder sind wir nicht sehr glücklich, weil Überschneidung bedeutet, dass diese Richtung nicht optimal ist im Sinne einer starken Aufwärtsbewegung, was ja, das haben wir häufig gesprochen, die Vermutung offen lässt, sagen wir mal so, dass wir vielleicht doch nochmal diese Marken angreifen. Einige gehen eh davon aus, sie sagen, das Bankengeflecht, das ist ja so, oder die Banken sind so marode aktuell in Amerika, da wird sicherlich die eine oder andere noch umkippen und dabei wird die Sorge darum sicherlich die Kurse nochmal nach unten drücken. Ja, ausschließend will ich das nicht. Wir wissen, jede einzelne dieser Tiefmarken triggert nachher den Bereich, der hier unten ist. Also wir sind jetzt noch auf einigermaßen okay Terrain hier, aber wenn wir hier das nach unten verlassen, ich mache nochmal das Bild groß, dass ihr die Marken besser erkennen könnt, hier 4.000 ist in etwa hier, 3.970 ist die Unterseite in meiner blauen Zielzone, die wir da ansteuern als eine noch okay Korrektur, aber eben wie gesagt ein bisschen noch in der Zukunft, also er müsste noch ein bisschen Zeit totschlagen. Wenn er jetzt direkt hier runter geht, dann würde mein gutes Gefühl sehr, sehr schnell schwinden. Dann bin ich ganz schnell auch auf der ganz großen bullischen Seite, Entschuldigung, bärischen Seite, völlig falsch hier ausgerichtet, dann wäre ich auf der bärischen Seite hier viel lieber unterwegs, denn das würde bedeuten, dass all das, was wir hier als bullisches Bild haben, vorläufig erstmal kaputt gemacht wurde. Also wir sind hier wieder mal an einer Entscheidungsmarke, wir waren hier schon mal, wer sich erinnert, da haben wir eigentlich schon leicht untertreten, aber wenn wir das jetzt nochmal machen, so sieht es ja im Moment aus, als ob das genau nochmal bestätigt, dann muss man sich die Frage stellen, sagt man, wollt ihr nicht, könnt ihr nicht, traut ihr euch nicht oder was ist los hier? Also ich habe den Eindruck, dass mindestens beim S&P, beim Dow bin ich zwar, müssen wir mal gucken, aber das ist noch nicht wirklich Drama. Hier beim S&P oder S&P müsste man dann sagen, also das ist nochmal deutlich mehr einer Gefahr ausgesetzt, dass da vielleicht deutlich mehr nochmal kommt. Spannend heute Abend nochmal dazu, was Apple sagt, nachbörslich gibt es ja Daten, heute allerdings schon mal mit einem kleinen Gap nach unten aufgemacht, kein Drama, aber immerhin ein bisschen nach unten. Aber da ist jetzt die Frage, was kommt da heute Abend noch? Und wenn das auch nochmal verstärkend damit reinkommt, dann muss man sich ernsthaft die Fragen stellen. Na gut, also, was macht dann der Nasdaq? Dann gucken wir es uns auf Englisch an. Nein, wir sprechen natürlich weiter Deutsch hier. Wir sehen, dass wir in diese Zielzone reingelaufen sind. Hier ist das, ich hatte das, das ist noch die Zeichnung, die ich gestern gemacht hatte. Vielleicht habt ihr sie noch im Hinterkopf, je nachdem, ob ihr es euch angeschaut hattet. Die ist noch zumindest rechts von dieser Linie, also das ist dieser Steigungswinkel und ich mag immer ganz gerne, wenn die Korrektur nicht schneller ist, als die starke Bewegung. In dem Fall wäre sie schwächer, weil sie rechts davon ist. Also in Ordnung. Wir sind an der Unterseite. Okay. Dann musst du jetzt auch langsam drehen, sonst wird es zappenduster. Für die Intraday-Freunde unter euch, die Frage, ob wir jetzt hier einen Schub hoch, wackelig runter heute im Laufe des Nachmittags bekommen. Aber auch hier, also das Eis ist einigermaßen dünn. Die Chance, dass das jetzt alles nicht so bullisch im Moment wird, scheint relativ groß zu sein. Die Marktteilnehmer haben die Nachricht gehört der Notenbanken, aber die Begeisterung dafür, dass das Ganze jetzt alles ganz toll ist, die bleibt aus, sicherlich auch in Anbetracht der Bankensorgen, die wir da haben. Also insofern passt, fundamentale Überlegung, mit dem, was die Marktteilnehmer machen, durchaus überein. Es bleibt also vorläufig, scheinbar bei der Short-Seite, auch im 5-Minuten-Chart, sehe ich im Moment noch keine echte Stärke. Seht ihr da irgendwie was, dass man sagt, oh, jetzt sieht das nach Kaufen aus? Nee, das sind alles im Moment eher Abwärtsbewegungen. Die lassen ein bisschen vom Schwung nach. Das ist ja die einzige gute Nachricht, dass wir hier so ein bisschen vielleicht den Druck nachlassen. Allerdings achtet darauf, wenn wir im 5-Minuten-Chart für die Intraday-Freunde unter euch so etwas sehen, dann sind das alles Zeichen für, nee, nee, die geht noch ein bisschen tiefer. Ja, dreiwellig ist auch ganz klar nicht die Hauptrichtung. Dann könntet ihr Trigger auf der Unterseite eben für die entsprechende Bewegung und die Bewegungsfortsetzung eben nutzen. Ja, gibt es denn gar keine positive Nachricht? Das klingt alles ja ziemlich ernüchternd. Jetzt hatte man doch schon ein bisschen den Eindruck, oh, das könnte doch noch ganz gut gehen. Da seht ihr, wie schnell einzelne Bewegungen eventuell das Bild zum Kippen bringen. Für all die, die längerfristig unterwegs sind, die sollten sich überlegen, inwieweit die Stops etwas enger jetzt sein sollten, um dann zu sagen, ich möchte das Martyrium, eine Abwärtsbewegung, nicht nochmal miterleben. Dann gehe ich lieber später wieder rein. Oder eben, ob man sagt, naja gut, kann ich mitleben. Ich habe schon viel Buchgewinne gemacht. Ich lasse den Stop in weiterer Entfernung und ziehe den einfach nicht so schnell jetzt hinterher. Wenn er jetzt seitwärts geht, nochmal runterkommt, ist auch okay. Aber ich möchte mir die Chance nach oben nicht versauen. Wir sind etwas aktiver. Ich würde lieber dann die Position glattstellen. Wir haben die Stops, was das angeht, dann eher etwas, tendenziell etwas enger. Wobei wir meistens ein Gemisch machen zwischen engeren und weiteren Stops, sodass man ein bisschen die Chancen offen lässt bei den weiteren Stops, aber eben auch ein bisschen die Gewinne mitnimmt, die man bis dahin dann eben schon mal irgendwo hatte. So, wie sieht es beim DAX aus? Der ist ebenfalls ja nicht so super stark. Klar, wenn der Gesamtmarkt nach unten geht, dann ist das beim DAX ebenfalls so. Wir sind aber noch von unserer Zone, die, anders als bei den Amerikanern, keine super gefährliche Zone ist. Also solange wir in diese Zone reinlaufen, die ich ja jetzt immer wieder genannt hatte, das ist jetzt der Index, hier 15.600 und 15.400 in etwa, wenn der Kurs da ganz grob reinläuft, ist das noch eine ganz easy Kiste. Also noch überhaupt kein Druck hier auf der Verkaufsseite, sondern einfach nur ein Hinweis, lass den mal eine Pause machen. Erst da drunter würde ich mir Sorgen machen. Mal gucken, ob der Markt diese noch ansteuert oder vorläufig nicht. Wenn die Amerikaner natürlich wirklich jetzt einen Gang zulegen nach unten, dann ist natürlich schnell die Gefahr, dass das hier auch sich ein bisschen noch beschleunigt. Na gut, also nicht die besten Voraussetzungen für die Longseite aktuell. Wir haben es eben festgestellt, dass eigentlich in keinem dieser Charts so das Nahkampfbild jetzt für die Longseite spricht. Hier so ein bisschen zumindest mal eine Gegenwehr. DAX Future, aber die amerikanischen Indizes, die sicherlich um diese Uhrzeit jetzt hier relevanter sind, die zeigen eigentlich hier überhaupt gar keine echten Ambitionen für nach oben. Das kann sich jederzeit ändern. Wenn ihr seht, dass der Markt so etwas und so etwas macht auf kleinerer Ebene, dann könnt ihr das natürlich handeln. Gleiches Geld für größere Ebene natürlich ebenso. Ein bisschen hoffnungsschwanger ist dementsprechend, das ist nochmal der Nasdaq hier mit der Oberseite. Da sehen wir, das wäre zumindest mal ein mögliches Zwischenhoch für die Longseite. Ein bisschen aggressiver wäre der. Ist mir eigentlich eine Stufe zu aggressiv, aber wer aggressiv rein will, der könnte hier auf den Zwischenhoch, was wir hier, was waren das? Das war heute Morgen. Hatten ungefähr bei 13.175 oder 70 ist es so circa, das hoch. Eigentlich von der Logik noch ein bisschen sauberer mit dem A, B, C, was wir haben. Nur schrecklich weit weg vom aktuellen Tief. Das heißt, das CRV für diesen Trade wird wahrscheinlich übersichtlich gut sein. Denn selbst wenn wir dieses hier hinten nochmal bekämen, könnt ihr schon ausmalen, dass das nicht so doll ist, weil dann wäre die Zielhöhe, selbst bei dieser 1 zu 1 Projektion, die Zielhöhe wäre das. Und die Stoppweite, die wäre irgendwo hier unten, 78er Mark oder noch tiefer. Und da seht ihr, dass das nicht so vorteilhaft aussieht, weil das Chance-Risiko-Verhältnis nicht so sehr zu unseren Gunsten ist. Das heißt, diese Idee finde ich ganz okay, aber die Umsetzung finde ich, sagen wir mal, mehr als fragwürdig, weil mir der Vorteil hier nicht groß genug erscheint, als dass ich hier frohlocken würde. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr bei euren Chartüberlegungen frohlocken könnt, dass ihr viele Sachen gut umsetzen könnt. Wir behalten es im Auge. Für den Moment wünsche ich euch alles Gute und sage liebe Grüße.